In den nächsten beiden Episoden möchte ich mich nochmal dem Thema Schlaf widmen. Wir schauen uns an, wie dir ausreichend guter Schlaf beim Abnehmen hilft und ich möchte dir meine besten Schlafgut-Tipps an die Hand geben, die ich selbst jeden Abend nutze. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, wir können uns auf den Kopf stellen, die meisten Menschen brauchen zwischen siebeneinhalb und acht Stunden Schlaf und zwar ungefähr 95 Prozent der Menschen. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz braucht mehr oder weniger Schlaf. Ein ausreichend langer Schlaf sorgt dafür, dass wir regeneriert aufwachen. Ein ausreichender Schlaf hält uns gesund, fit und leistungsfähig. Ja, und macht uns tatsächlich auch zu freundlicheren, fröhlicheren Menschen, die vor Energie nur so strotzen. Und was du ja schon weißt, ist, dass die Themen Gesundheit und Abnehmen miteinander verbunden sind, wie Patt und Patterchen oder A-Hörnchen und B-Hörnchen. Und wenn wir in den Wechseljahren sind und wenn du dir die Wechseljahre-Episoden angehört hast, weißt du ja schon, dass die so ab 35, 38 Jahre schon losgehen können. Das heißt, dass es da erste Hormonverschiebungen gibt und die Hormone da schon so ein bisschen aus der Balance kommen, macht es doppelt Sinn, sich um einen gesunden Schlaf bzw. einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus zu kümmern, den in einen guten Takt zu bringen und zwar in den Takt, den dein Körper erwartet. Und dein Körper erwartet im Prinzip evolutionär festgelegt in unseren Genen 12 Stunden Aktivität, 12 Stunden Passivität. Also im Prinzip muss ich es so vorstellen, wenn du gegen 7 Uhr aufstehst morgens, dann erwartet dein Organismus aus uralter Zeit, dass du gegen 19 Uhr so langsam wieder zur Ruhe kommst. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dann schlafen musst, sondern halt langsam wieder zur Ruhe kommst. Und ich weiß, das ist natürlich nicht immer machbar, solch einen 12-12 Stunden Rhythmus, ich sage mal in Anführungsstrichen, einzuhalten. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht niemals darum, immer alles zu 100% korrekt und richtig zu machen, sondern es geht darum, es so oft wie möglich, so gut wie möglich zu machen. Und das reicht schon, das reicht schon, um fit und gesund zu bleiben. Ja, aber es ist auch immer im Hinterkopf zu haben, okay, also heute kriege ich das gut hin mit dem zur Ruhe kommen und dann mache ich das heute auch mal. Beim Thema schlank im Schlaf kommt es also nicht nur darauf an, was du abends isst und damit eventuell den Fettstoffwechsel ausnockst, also ich sage mal Stichwort Alkohol, Süßigkeiten, jede Menge Raketenzucker, sondern auch darauf, wie viel Schlafzeit du deinem Körper gönnst, wie viele Stunden Schlaf du ihm gönnst, um viele positive, tolle Mechanismen auf den Weg zu bringen. Und ja, mir ist schon klar, dass viele Frauen gut schlafen möchten und ihrem Körper das auch gönnen wollen und es nicht können aus den verschiedensten Gründen und auch darauf gehen wir natürlich ein und ich möchte natürlich auch noch Tipps mit an die Hand geben. Was das Thema Schlaf betrifft, gibt es aber tatsächlich verschiedene Menschentypen, habe ich festgestellt, da gibt es zum einen diejenigen, die sagen, ich möchte mit weniger Schlaf auskommen, was habe ich sonst noch vom Leben? Ja, also ich habe tatsächlich mal von einer Kundin gehört, ich kann doch nicht um 22.30 Uhr ins Bett gehen, ich bin doch kein Baby. Ja, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehen muss oder noch früher und meine 7,5 bis 8 Stunden Schlaf haben möchte, dann muss ich tatsächlich früher ins Bett gehen. Ja, und die gesundheitlichen Folgen oder das Ergebnis, wenn man halt nicht genug Schlafstunden hat, bekommt man dann, beziehungsweise man bekommt die Quittung dafür, dass man eben nicht so viel Energie hat, schnell kaputt ist, schnell unkonzentriert ist oder ja, tatsächlich auch schlechter abnimmt. Wie das zusammenhängt, müssen wir natürlich hier auch nochmal klären. Es gibt ja tatsächlich schon eine Episode, in der ich auf das Thema Schlaf eingegangen bin. Die werde ich euch auch hier verlinken und da werde ich auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ich weiß aber auch eines ganz sicher, Wiederholung macht anschaulich. Und das gilt nicht nur für dich da draußen, auch nicht für meine Teilnehmerin im Ist-Dich-Glücklich-Coaching, sondern auch für mich. Also auch ich schaue mir wichtige Inhalte gerne nochmal an, höre da nochmal drüber, höre auch die Meinung von anderen Experten und ja, so vertiefen sich die Inhalte und man denkt auch wieder dran, ach so, ja, das mit dem Schlaf, da sollte ich vielleicht auch mal wieder drauf achten. So, das war der Menschentyp Nummer 1. Ich möchte mit weniger Schlaf auskommen. Was habe ich sonst noch vom Leben? Typ Nummer 2 ist, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich komme auch mit weniger Schlaf aus. Ich gehöre zu den paar Prozent auf dieser Welt, die nur 6 Stunden Schlaf brauchen. Und der Peter Spork, der Schlafforscher, den ich ja auch hier im Podcast mal interviewt habe, höre auf jeden Fall auch in diese Episoden nochmal rein, wenn dich das Thema interessiert, hat mal so schön gesagt, wir ahnen gar nicht, wie fröhlicher, netter, sympathischer wir auf unsere Mitmenschen wirken, wenn wir eine Stunde länger schlafen. Also zum Beispiel 7 statt 6 Stunden oder 8 statt 7 Stunden. Und Peter Spork hat auch so schön gesagt, wenn er mal die alle zusammenzählen würde, die sagen, sie gehören zu den 5% der Menschen, die nicht so viel Schlaf brauchen, dann kämen wir auf 50%, die nicht so viel Schlaf brauchen. Also viel zu viele Menschen sagen oder meinen, dass sie nicht so viel Schlaf brauchen. So, und dann gibt es die Menschen, die möchten gerne mehr schlafen, können aber nicht einschlafen. Dann gibt es diejenigen, die gerne 8 Stunden schlafen wollen, aber nicht durchschlafen können. Manchmal gibt es sogar beide Kombinationen. Und dann gibt es noch die Frauen, die wirklich mehrmals pro Nacht länger wach liegen. Hier ein kleiner Hinweis, wir wachen einige Male in der Nacht auf, ohne dass es uns wirklich bewusst wird. Und sehr sensible Menschen denken dann, ich habe schlecht geschlafen. Es ist aber wirklich normal, zwischendurch mal kurz aufzuwachen. Was wirklich immer hilft und was du nicht vergessen darfst und dir immer wieder vor Augen führen darfst, ist die Tatsache, dass sich unsere Gene extrem langsam adaptieren, im Schneckentempo. Wissenschaftlich belegt, um die 0,005% pro 10.000 Jahre passen sich unsere Gene an neue Gegebenheiten an. Und deshalb steckt es uns halt auch noch tief in den Genen, dass wir diese 7,5 bis 8 Stunden Schlaf brauchen. Und ich habe ja schon oft auch über die sogenannten Zeitgeber gesprochen, die unseren Biorhythmus beeinflussen und einstellen. Und der stärkste und wichtigste Biorhythmus-Zeitgeber, den wir haben, ist das Tageslicht. Und natürlich auch eine gewisse Lichthygiene am Abend. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was dein guter Schlaf mit dem Thema Abnehmen zu tun hat. Wer da ganz groß die Finger mit im Spiel hat, bei dem Thema Schlank im Schlaf, ist das Hormon Melatonin, dein Schlafhormon. Und da möchte ich zwei Punkte ansprechen, und zwar erstens, wie Melatonin den Fettstoffwechsel unterstützt, also die nächtliche Fettverbrennung unterstützt. Und zweitens, wie Melatonin als Radikalfänger arbeitet und welche Vorteile das dann wieder für dich hat. Okay, wie unterstützt Melatonin den Fettstoffwechsel? Also wie sorgt es dafür, dass Fett abgebaut wird oder Fett verbraucht wird in der Nacht? Es geht alles da los, dass unser Immunsystem nachts sehr aktiv ist. Also das Immunsystem ist tagsüber in einem aufmerksamen Ruhezustand, außer wenn du krank bist, dann ist es natürlich auch tagsüber aktiv. Aber so richtig aktiv wird es erst nachts. Und weil es nachts so aktiv wird und quasi durch deinen Körper reist, um sich alles anzuschauen, ob irgendwo was repariert werden muss, regeneriert werden muss, ausgewechselt werden muss, neu aufgebaut werden muss, braucht es in dem Moment auch jede Menge Energie. Jetzt ist es aber so, dass du ja nichts mehr isst nachts. Ja, also die Energie kann jetzt aus Nahrung nicht kommen. Und der Körper hat da eine Lösung parat. Er schnappt sich Substanzen aus den Fettmolekülen und bastelt daraus Energie fürs Immunsystem. Und hier ist Melatonin ein wichtiger Player. Melatonin hilft jetzt dabei, diese Prozesse ablaufen zu lassen. Das bedeutet, je länger du Melatonin in der Nacht am Start hast, desto besser funktioniert das natürlich. Ja. Gehst du jetzt zu spät ins Bett oder sorgst du nicht dafür, dass dein Körper zur Ruhe kommt? Und wirst du nicht aufmerksam, wenn du schlecht schläfst und versuchst nicht, etwas daran zu verändern? Oder kannst du es gerade nicht verändern, weil du noch gar nicht genau weißt, wie du das machen sollst? Dann kann das ja nicht so gut funktionieren. Ja, dann, wenn du nur vier Stunden in der Nacht insgesamt schläfst, ist Melatonin halt nur vier Stunden nachts am Start. Wenn du siebeneinhalb bis acht Stunden schläfst, ist Melatonin die ganze Nacht am Start. Und das hat natürlich dann auch dementsprechend Vorteile. Was Melatonin auch noch macht, Melatonin ist ein ganz großer Unterstützer des Immunsystems, weil es ein sehr starker Radikalfänger ist. Und zwar 50 mal stärker als Vitamin C. Was sind nochmal freie Radikale? Freie Radikale sind ja Stoffwechselprodukte, die auf ganz natürliche Weise im Körper vorkommen. Es sind, ich sag mal, in Anführungsstrichen aggressive Moleküle, Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt. Also du musst dir so einen Strang vorstellen mit Elektronen und da sollen eigentlich acht sein, sind aber nur sieben. Und um sich zu stabilisieren, um das auszugleichen, klauen sie sich das bei anderen Molekülen und die werden dann wiederum geschädigt und werden auch wieder zu freien Radikalen. Und unser Körper verfügt tatsächlich über verschiedene Abwehrmechanismen und der körpereigene Schutz kann schlichtweg überfordert sein, wenn es zu viele freie Radikale gibt, wenn zu viele freie Radikale entstehen. Also wenn es auch zu wenig Radikalfänger gibt, wie zum Beispiel Vitamin C und Melatonin. Also es gibt ganz viele Vitamine, die als Radikalfänger wirken, aber eben Melatonin ist da sehr stark und macht das Ganze in der Nacht und räumt da richtig auf. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann können große Mengen freie Radikale entstehen und die können zum Beispiel Entzündungen begünstigen und die Hautalterung beschleunigen. Ja, also auch Hautzellen werden ja zu freien Radikalen und können sich nicht regenerieren und ihnen fehlen halt die Vitamine oder auch das Melatonin in der Nacht. Das bedeutet jetzt auch wieder ein Umkehrschluss, ist viel Melatonin am Start, können freie Radikale gefangen werden und ist Melatonin. Lange am Start kann da mal richtig aufgeräumt werden. Und deshalb fühlen wir uns ja dann auch so klasse, wenn wir nach siebeneinhalb bis acht Stunden aufwachen und durchgeschlafen haben und frisch und munter in den Tag starten können. Und hier geht der Kreis dann weiter, wenn wir ausreichend geschlafen haben, unser Immunsystem gefüttert wurde über Melatonin und die nächtliche Fettverbrennung, wenn die freien Radikalen aus dem Weg geschafft worden sind und wir morgens frisch und munter aufwachen, haben wir ja auch einen ganz anderen Energielevel. Und das hilft ja jetzt auch wieder beim Abnehmen, weil wenn wir energiegeladen aufwachen, haben wir ja viel mehr Lust, uns um, ich sag mal, unseren nächsten Einkauf zu kümmern, um die nächste Mahlzeit. Wir haben Energie, uns mal extra zu bewegen, uns mal aufzuraffen in der Mittagspause, eine Runde um den Block zu gehen oder vielleicht vor der letzten Mahlzeit uns nochmal zu bewegen. Mit diesem anderen Energielevel entsteht ja ein ganz anderer Tagesablauf. Und wenn du dann voller Energie in Bewegung warst und nach Hause kommst, dann geht der Kreis weiter. Man spricht hier vom Phänomen der somatischen Intelligenz. Das heißt, dein Körper verlangt jetzt nicht nach Pizza und nicht nach Gummibärchen, sondern er möchte jetzt was Frisches, Natürliches haben. Er möchte jetzt gesunde Nahrung haben. Also das Thema, wie hilft dir dein Schlaf beim Abnehmen, nochmal kurz zusammengefasst. Und es sind auch nur ein paar der Mechanismen, die ablaufen, und zwar die wichtigsten. Es gibt noch mehr Mechanismen, die hier das Abnehmen begünstigen. Aber hier erstmal die wichtigsten, nochmal zusammengefasst. Das eine ist, dass Melatonin den Fettstoffwechsel unterstützt. Und klar ist dann auch, dass wir das gerne möchten, dass Melatonin lange auch am Start ist in der Nacht. Der zweite Punkt war, dass Melatonin ein sehr starker Radikalfänger ist und ordentlich aufräumt in unserem Körper in der Nacht. Und auch hier wieder ist natürlich der Mechanismus stark, wenn wir Melatonin eben auch wirklich diese siebeneinhalb bis acht Stunden am Start haben. Und wenn wir dann morgens frisch und regeneriert und voller Energie aufwachen, startet unser Tag ganz anders, als wenn wir jetzt zu wenig geschlafen haben, nicht auf unsere Schlafqualität geachtet haben oder nicht auf unsere Schlafqualität achten konnten, weil wir halt gerade ein Schlafproblem haben. Ja. So, und ich weiß ja, dass es da draußen jede Menge Frauen gibt, die Schlafprobleme haben. Ja, und auch die Frauen, die sich für Man ist sich glücklich Coaching anmelden, mit denen habe ich ja auch zu Anfang immer einen 1 zu 1 Check-up-Call. Und da besprechen wir das schon ganz oft, wie sie dann mit den jeweiligen Schlafproblemen umgehen können. Deshalb möchte ich dir hier jetzt meine drei Schlafgut-Tipps an die Hand geben, die ich wirklich jeden Abend anwende. Eine Menge Tipps kannst du dir auch in der Episode 143, 144 holen, wo ich die Heilpraktikerin Kira Kaufmann zum Thema Endlich wieder gut schlafen interviewt habe. Und sie geht dort auch auf das Thema Melatonin-Supplementierung ein. So, was ich jeden Abend durchziehe, ich habe da auch schon drüber gesprochen und ich mache das auch noch gar nicht so lange, erst seit Mitte Dezember 2021, ist es meine Abendroutine. Ja, und eine Abendroutine heißt bei mir, dass ich runterkomme, dass ich mir Zeit nehme zum Runterkommen, dass es eine Zeit gibt, zu der ich alle Geräte ausmache, Fernsehen, Handy, auf Flugmodus und ja, vielleicht noch ein bisschen irgendwie aufräume, irgendwas anderes in einem Buch lese oder in einer Zeitschrift lese, Kerze anhabe oder ja, ganz bewusst mich runterbeame, nach meinem auch sehr ereignisreichen, trubeligen Tag, mir diese Zeit nehme, runterzukommen. Ja, und ich habe dazu in der Episode 188 ganz genau erklärt, wie meine Abendroutine aussieht. Deshalb möchte ich das jetzt nicht mehr im Einzelnen wiederholen, springen da gerne nochmal rein, aber Punkt Nummer eins, ich gebe mir Zeit zum Runterkommen, zum Runterbiemen und ich spüre das wirklich sehr, dass sich da meine Schlafqualität, das Einschlafen, Durchschlafen nochmal ordentlich verbessert hat. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, das auszuprobieren, sich diese Zeit abends zu nehmen. Mein zweiter Tipp sind Nahrungsergänzungsmittel, die ich einnehme, um mein Nervensystem zu beruhigen. Das ist auf der einen Seite Magnesium, und zwar ein Magnesiumcitrat, ja, also ein Magnesiumprodukt, was von der Bioverfügbarkeit gut im Körper aufgenommen wird, und das ist halt ein Magnesiumcitrat, also Citrat ist die Endung. Und ich hatte auch mal eine Phase, habe ich gleichzeitig Baldrian genommen, eine Pflanze, die auch das Nervensystem runterbeamt. Und seit ich die Episode mit der Kira Kaufmann aufgenommen habe, nehme ich tatsächlich auch Melatonin ein. Hier darf ich dir leider keine Empfehlung geben. Speziell für dieses Thema habe ich ja die Kira Kaufmann interviewt, damit sie als Heilpraktikerin die Dosierungsempfehlung gibt. Und spring da gerne nochmal rein in die Episode 143, 144, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Also, erstens Abendroutine, zweitens Nahrungsergänzungsmittel, um mein Nervensystem zu beruhigen. Warum brauche ich das überhaupt? Wahrscheinlich, weil ich einen trubeligen Tag hatte und noch ganz viele Gedanken in meinem Kopf herumschwirren, aber es hat natürlich auch mit den Wechseljahren zu tun, dass wir nicht mehr so gut ein- und durchschlafen wie vor den Wechseljahren. Und tatsächlich ist es so, dass Magnesium ja ganz viele Vorteile hat, außer dass es uns beruhigt. Ja, Magnesium ist ja so das Seelenmineral. Es beruhigt unsere Muskulatur. Es beruhigt unsere Nerven. Es tut einfach gut. Wir haben zu wenig davon in der Nahrung. Wir verbrauchen es auch durch Stress, durch Schwitzen. Und es ist sowieso ein Mineral, was sehr, sehr gut tut. Also schlage ich hier wahrscheinlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. So, mein dritter Tipp ist, ein komplett dunkles Schlafzimmer. Und wenn du dein Schlafzimmer nicht abdunkeln kannst, nutze eine Schlafmaske. Und wenn es irgendwie laut ist in deiner Umgebung oder weil dein Partner Geräusche macht, nutze Ohrstöpsel. Also ich habe eine Schlafmaske immer griffbereit. Vor allem jetzt, wenn es wieder zum Frühjahr-Sommer geht und es früh hell wird, möchte ich nicht schon um 4 Uhr vom Sonnenlicht geweckt werden. Ja, und ich habe Ohrstöpsel immer unter dem Kopfkissen liegen, falls mein Mann doch mal Geräusche macht. Er macht das nicht so oft, aber falls er es macht, dass ich dann sofort darauf zugreifen kann und mir meist nämlich sogar nur ein Ohrstöpsel für das Ohr, das frei liegt, was nicht auf dem Kopfkissen liegt. Und das hilft sofort und ich kann weiter schlafen. Also nochmal zusammengefasst, Abendroutine, Nahrungsergänzungsmittel, die mich runter beamen. und es ist wirklich elementar wichtig, dass dein Schlafzimmer stockdunkel ist, wenn du schlafsensibel bist, wenn du schlecht schläfst. Also allein dieser Tipp mit der Schlafmaske hat schon Menschen geholfen, wieder durchzuschlafen, weil das das Problem war, dass dieser Mensch so sensibel auf Licht reagiert hat und wir reagieren grundsätzlich sensibel auf Licht in der Nacht. Selbst ein Digitalwecker wird von unseren Augen auch hinter den geschlossenen Lidern als Lichtquelle erkannt und tief in unseren Genen verankert ist. Da ist noch Licht, da könnte Gefahr sein. Lass uns mal nicht so tief schlafen, lass uns mal aufpassen. Ja, so musst du dir das vorstellen. Okay, die ganze Folge nochmal zusammengefasst. Ein ausreichend guter Schlaf hilft dir über mehrere Wege beim Abnehmen. Auf der einen Seite, weil Melatonin am Start ist. Auf der anderen Seite, weil dein Immunsystem unterstützt wird und du mehr Energie am nächsten Tag hast. Und wenn du mehr Energie hast, dann geht dein Tag ganz anders los. Wenn dein Tag ganz anders losgeht, wirst du dich auch anders ernähren wollen. Ja, also zum Beispiel, weil du mehr Bewegung hast oder mehr in Bewegung bist und du über die somatische Intelligenz, die ich vorhin angesprochen habe, du keine Lust auf schlechte Nahrung hast. So, und meine drei Schlafgut-Tipps ist die Abendroutine, die Nahrungsergänzungsmittel und das komplett dunkle Schlafzimmer. So, ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein paar Impulse und auch ein paar Tipps geben, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht den ein oder anderen Tipp anzuwenden. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, kommt hier noch eine Einladung für dich und zwar zu meinem kostenlosen Workshop Abnehmen Kickstarter, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat und du schon kurz davor bist, das Handtuch zu schmeißen. Und ja, in meinem Workshop möchte ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben, die bei meinen Kundinnen und Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching bestens funktioniert. Also nach dem Workshop weißt du, welche nächsten Schritte du gehen kannst und wie du an die Startlinie kommen kannst und dir deine Wunschfigur zurückerobern kannst. Der Workshop findet statt am Dienstag 10. Mai um 19 Uhr und den Anmelde-Link findest du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de kannst du überhaupt nicht verfehlen. Mein Tipp ist, dass du dir deinen kostenlosen Platz im Workshop sofort reservierst ja und sobald du dich angemeldet hast bekommst du auch schon eine kleine Aufgabe von mir. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Restwoche ein schönes sonniges harmonisches Osterfest. Lass es dir gut gehen pass auf dich auf bleib gesund isst dich glücklich deine Daniela Titel Untertitelung des ZDF für funk, 2017